Wir konzentrieren uns auf dem Sternbild der Delfin und nehmen gleichzeitig das Bild, den Bereich des Himmels wahr und das Licht, das Leuchten der Sterne, die zu dem Sternbild gehören. Und wenn wir uns die Information des Sternbildes Delfin anschauen, schauen wir die Phase des kollektiven Bewusstseins, wo es bekannt ist, dass Delfin neue Intellektuelle Funktionen besitzt. Wir, konzentrieren uns auf das Bild, finden diese Phase des kollektiven Bewusstseins wie ein Siemen. Wir konzentrieren uns, wir blicken das kollektive Bewusstsein und finden da so diese Phase, wo es bekannt ist, dass alle lieben Delfine, die haben eine hohe intellektuelle Funktionen. Wir finden diese Phase, dieses Leuchten, diese Liebe im kollektiven Bewusstsein, die ganz natürliche existiert. Und man kann sehen, dass es eine kompatibelität gibt zwischen dem Intellekt oder Verstand des Delfins und dem Intellekt oder Verstand des Menschen. Oder auch eines anderen Liebewusstseins. Und das ist so eine Vereinigung entsprechend der allgemeinen oder entsprechend der gemeinsamen Ziele der Friedfertigkeit, der Schöpfung. Und wir finden sofort diese Optik, wo... Und wir finden sofort diese Optik, wo... Der Verstand der Intellekt des Menschen mit dem Intellekt beliebiger anderer Lebewesen in Verbindung steht, die vereinigt ist, und zwar auf der Ebene der gemeinsamen Friedfertigkeit, Streben nach Frieden. Und wir konzentrieren uns auf dieser Optik. Und wir konzentrieren uns auf dieser Optik. Es bringt sehr viel Freude, wie sieht es aus, dass alle miteinander interagieren, zusammenwirken, und zwar schöpferisch. Und wir erkennen, wie sieht es aus, dass die Ebene der Zusammenwirkung zwischen den Lebewesen unendlich friedfertig ist. Und sofort schauen wir uns auch an die schöpferische Fraktion der unendlichen Zukunft. Also die Zukunft, die durch diese... Diese gegenseitige Friedfertigkeit zwischen den Lebewesen gewährleistet ist. Und wir schauen, was ist das für eine Optik? Welche Licht, welche Farbe sie hat? Wir konzentrieren uns darauf. Und wenn wir das anschauen, fühlen wir, dass wir... Diese allgemeine Verbindung, also wo alles absolut in Verbindung ist. Und wenn wir weitergehen in Richtung der Entwicklung dieses Licht, dieser Optik in die Unendlichkeit. Wir haben diesen Weg der unendlichen schöpferischen Weiterentwicklung gefunden, also diese Fraktion der Zukunft gesehen. Und wir gehen weiter diesen Weg zu diesem Weg. gehen in diese ganz ganz hohe konzentration ein wenn wir diese diesen bereich der hohen konzentration der ereignisse der zukünftigen ereignisse reingehen das ist eine hohe konzentration der eines in der zukunft dann sehen wir dort den menschen nur видим form человека то есть бесконечное объединение вообще всех живых существ всех сознаний also wir sehen dass auch dieser maximalen konzentration aus der friedfertigkeit und zwischen allen ein liebe wiesen sehen wir dass daraus eine form eine form des menschen entsteht steht so so